Berlin. Die Demokratie ist abgewählt. Was für ein Albtraum. Ich muss was tun. Wähl nicht dein Sofa. Wähl die Werte. Wähl nicht den Frust. Wähl die Chancen. Verteidige das Herz Europas mit deiner Stimme. Ich denke immer wieder Europawahl heute. Die letzte ist auch schon wieder fünf Jahre her. Und was ist mit dir?